In diesem Video 10 Arten von Skifahrern, die jeder kennt. Der Normalo. Der Pro. Der Pistenraudi. Der Hoffnungslose Fall. Der Pausensweek. Komm, lass jetzt runterfahren hier. Nee, Pause. Was? Ich kann nicht mehr, Pause. Schon wieder Pause? Ja, Pause. Lass mal ein bisschen fahren jetzt. Ja, okay, kurz. Aber dann fahren wir jetzt mal ein Stück, ja? Was ist denn das? Pause. Die Familie. Die Familie. Die Familie. Dann für noch. Der neben der Pistefahrer. Der Lift-Experte. Der, der hat hier was von Skifahren gesagt. So Leute, das waren 10 Arten von Skifahrern. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder generell eine Bewertung, weil ich sehr viel Arbeit in dieses Video gesteckt habe. Ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle, die da mitgewirkt haben. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr mehr 10 Arten Videos sehen möchtet. Und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welcher von den 10 Arten ihr seid. Würde mich echt mal interessieren. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.